Hi, ich bin das Nachteulchen. Diesmal bei N8TV eine einfache Cane aus Polymer Clay. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Schön, dass ihr dabei wart. Besucht mich auch auf www.n8eulchen-sims.de oder auf meiner Facebook-Seite. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße vom Nachteulchen.